Verlockende Begierde Die Wölfe der Twin Moon Ranch Buch 9 Nala Dixon will es nur rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen nach Hause zu ihrem Wolfsrudel schaffen. Lebend. Aber ein einfacher Roadtrip artet zu einem Überlebenskampf aus, als eine Bande von Vampiren auftaucht und nach ihrem Blut dürstet. Gut, dass ihr ein Ritter in glänzender Rüstung zu Hilfe eilt. Und heiliger Bim Bam, es ist Harrison, der Bigfoot, von dem sie seit Jahren insgeheim träumt. Und heiliger Bim Bam, es ist Harrison, der Bigfoot, von dem sie seit Jahren insgeheim träumt. Und heiliger Bim Bam, es ist Harrison, der Bigfoot, von dem sie seit Jahren insgeheim träumt. Und heiliger Bim Bam, es ist Harrison, der Bigfoot, von dem sie seit Jahren insgeheim träumt. Und im Rasch스를 F�� thunderstruck, von dem sie in glänzender Rund over스트�